Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power.de. Wie Sie wissen, gibt es unter Windows 10 den neuen Browser, den Microsoft Edge, der zusätzlich die Sprachsuche Giordana beinhaltet. Es ist nicht nur eine Spielerei, sondern es ist eine sehr nützliche Funktion. Das heißt, ich kann mir hier Informationen wie Wetter, wie News oder Kalendertermine, das kann ich mir alles hier von Giordana fragen lassen. Eigentlich nichts anderes als eine Sprachsuche. Wenn Sie aber sagen, ich brauche das nicht, mich interessiert das nicht, dann können Sie das doch deaktivieren. Wie das geht, das zeigen wir Ihnen. Wir klicken hier auf unser Symbol, dann auf Einstellungen, dann haben wir hier einen Punkt, der nennt sich Datenschutz. Hier klicken wir drauf. Und dann haben wir hier Spracherkennung, Freihand und Eingabe. Da klicken wir auch drauf. Und um jetzt diese Funktion Giordana zu deaktivieren, müssen wir hier auf Kennenlernen, Beenden klicken. Und das machen wir auch. So, dann müssen wir das Ganze bestätigen. Und schon ist das Ganze beendet. Das heißt, wir haben jetzt diese Sprachsuche-Funktion deaktiviert. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr WindowsPower.de Team Und dann kommen wir auf, dass wir das Ganze beendet haben. Vielen Dank. Vielen Dank.